Hallo Leute, es ist Cyberswax hier und heute spiele ich Weekend Drive Version 0.04e. Und dieses Spiel hatte ich auf meinem alten laptop und es hat nicht richtig funktioniert. Also probiere es jetzt auf meinem neuen Meteor Drive. Links. Rechts, links, rechts, links, links. Speed. Ah man. Die Häuser crashen oder mir werden alle sterben? Nein. Okay, von mir. Ich muss ein kleines bisschen runter. Okay, so. Okay, los geht's. Ein paar Meteor fahren runter, aber trotzdem fehle. Okay, hier sind wir. Oh, nein. Ich sehe jetzt schon. Man könnte einfach cheaten und auswählen. Nein. Brrr. Ah ja, man kann ja so Dinge schießen. So. Pio, 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 pio. Okay. Einmal einfach schießen. Einmal einfach schießen. Okay, 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 okay. Okay. Oh, oh. Krass, alles auf dem Schmisch. Ja. Ja. Als nächstes ist Canyonjump. Canyonjump. ok ich glaube ich weiß schon wie so so ok attacke ok jetzt aber ich werde nicht weitermachen bis ich das schaffe ok ohne kratzer muss man erst schaffen und jetzt kommt der längste Spielmodus und der beste und der Grund warum ich mir das Spiel geholt habe Narzella ok warte ich muss kurz kratzen ok destroy Narzella find weapons and military bases find ammo near zombies use the truck to get around and there is also a helicopter you can fly press escape to the jungle this menu ok mit E2 wir können jetzt noch ein paar Sekunden die Steuerung merken ok ok pew 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 jetzt nur auf einer Militärbasis finden ohja früher als ich das hatte habe ich diesen Soldaten Barry genannt das heißt also Barry und ich werden die Welt retten vor einem riesen Godzilla Zombie auch nicht wo muss ich die auch gewählte die die Aussteigen, aussteigen, Raketenwerfer, ja, er versuchen, okay, also, dann ist auch irgendwo ein Helikopter, und wo ist Natalara, da ist Natalara, und, quickscopen, er will schon, er will schon hier aus, jetzt, halt schon, Yes, genau ins Gehirn, was er nicht schratt, A-G-D-E-S-E-S-G-E-S-H-T, BAM, SON, BAM, WHOOP, Okay, müssen durch die ganzen Sachen hier fahren, sorry, tut mir leid, ich lass das reparieren, okay, wir haben's durchgeschafft, nur durch diesen kleinen Park, sorry, tut mir leid, das Wirtschafts-Bezahl, nicht wirklich von irgendwie, okay, aussprechen, Hier ist der Helikopter, Hier ist der Helikopter, Hier ist der Helikopter, gott, ... ... Ausgewicht wie ein Gangster So, ich bin so richtig ein Gangster ... das Gebäude Stürzen an der Fallschule immer noch wir sind hier mit nur von einem Gebäude ich muss runter springen runter Bako oder stehen drin ohne das ist er will die Gebäude stürzen alle ein mit schimpfen und mit jedem ob das zu stört jetzt kann ich nur in das Leben Niemals verwendet hier schnell Nö ein Fächer dort versteckt das war's dann mal, schau doch auf mich ich sehe das Licht ich kann noch schnell raus ich hab's überlegt nein, ich denke es, ok ich bin kurz davor, es rauszuschaffen aus dem Trümmern ich glaube, ich hab's raus geschafft ah, jetzt steck ich in einen Trümmer ja, ok, ich kann mit meinen Trümmern drüben stimmt nachzuden ok, ich probier's zum Auto zurück ich glaub Barry lebt von meiner Nachhinein ah, ja Amerika Amerika durch oben fliegt seine Mütze ok, los, wir müssen zu Barry 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 ich pause, ich schlaufe zu ihm ok, hier sollte Barry irgendwo sein vielleicht lebt er noch ah, das Skamfetti vielleicht lebt er oh er ist tot dann salutieren wir alle hier ok und mir kann es so ob es ist du fein gut s Er war noch so jung, ein letztes Salut für ihn, salut, zählen, schießen, zählen, schießen, ich kann nicht aufhören zu schießen, und noch ein letztes Leak für ihn, genau ins Mikrofon reinpfeifen, das tut richtig gut, wirklich. . Okay, I told her I did this last for this episode of fun. I told her I did this last for this episode. in der nächsten episode bye bye see you later alligator bye have a great time